Arcon war ein britisches Computerunternehmen, das in den 1980er und 1990er Jahren besonders in Großbritannien beliebte Computer- und Set-Top-Boxen produzierte. Darunter befanden sich unter anderem der BBC Micro und der Arcon Archimedes. Vorgeschichte Am 25. Juli 1961 gründete Clive Sinclair das auf Entwurf und Herstellung elektronischer Geräte spezialisierte Unternehmen Sinclair Radionics. Nach finanziellen Schwierigkeiten durch das Scheitern der Blackwash-Armbanduhr und der Umstellung des Taschenrechner-Marktes von LED auf. LC-Displays Er suchte Sinclair im August 1976 das National Enterprise Board um finanzielle Hilfe. Das NEB bewilligte diese, verlangte als Gegenleistung jedoch einen Anteil von 43% an Sinclair Radionics. Sinclair, der die Kontrolle über sein Unternehmen nur ungern aus der Hand gab, ermutigte seinen Mitarbeiter Chris Curry, Sinclair Radionics zu verlassen und gemeinsam das Unternehmen Science of Cambridge zu gründen. SoC begann im Juni 1978 mit dem Verkauf eines Mikrocomputerbausatzes, welchen Curry weiterentwickeln wollte. Dabei allerdings an Sinclair scheiterte. Ein Freund Currys, Hermann Hauser, Dozent für Physik an der Universität Cambridge, zeigte sich jedoch nach einem Besuch bei SoC während der Entwicklung des Heimcomputerbausatzes MK14 an diesem Produkt interessiert. Unternehmensgeschichte CPU-LTD Aus ihrem gemeinsamen Interesse für Mikrocomputer herausgründeten Curry und Hauser am 5. Dezember 1978 Cambridge Processor Unit LTD. Bereits nach kurzer Zeit erhielt CPU von AceCoin Equipment den Auftrag, einen Controller für deren Spielautomaten zu entwickeln. Anfänglich basierte deren Controller auf einem SCMP-Mikroprozessor, wurde aber bald auf einen 6502 umgestellt. Die Mikrocomputer Mit ihrem Einkommen aus Design- und Bildberatungen finanzierte CPU die Entwicklung eines 6502 basierten Mikrocomputers, welcher im Januar 1979 als erstes Produkt der Acon Computer LTD den Markt erreichte. Dieser Handelsname sollte die zwei unterschiedlichen Geschäftsfelder separieren. Acon erschien dem möglichen Wachstum des erweiterbar ausgelegten Mikrocomputers angemessen und stand zudem in Telefonbüchern vor dem Konkurrenten Apple. Etwa zur gleichen Zeit gründete CPU zusammen mit Andy Hopper Orbis LTD, um das Cambridge Ring-Netzwerk zu kommerzialisieren. Hopper, der bereits während seiner Promotion daran gearbeitet hatte, wurde bald darauf als Geschäftsführer der CPU eingestellt und vertrat deren Interessen im Computerlabor der Universität Cambridge. Hoppers Anteile an Orbis wurden gegen CPU-Anteile ausgetauscht. Mit dem Wachstum der Marke Acon veränderte sich die Rolle von CPU allmählich, sodass CPU schließlich nur noch eine Holding-Gesellschaft und nun Acon das entwickelnde Unternehmen darstellte. Nach einer Meinungsverschiedenheit mit Sinclair verließ Curry offiziell Science of Cambridge, zog aber erst nach einiger Zeit zu den Angestellten von Acon. Der später Acon-System 1 genannte Acon-Mikrocomputer wurde von Sophie Wilson entworfen. Er war hauptsächlich auf Ingenieure und Laborangestellte ausgerichtet. Jedoch durch seinen niedrigen Preis von 80 Pfund auch für Computer-Enthusiasten attraktiv. Die Maschine selbst bestand aus zwei Platinen, von denen eine DLED-Anzeige, ein Tastenfeld und eine Kassettenschnittstelle und die andere den Rest des Computers enthielt. Nahezu alle Prozessorsignale waren über eine Eurocard-Buchse zugänglich. Das System 2 erleichterte optionale Einbauten durch den Einbau der Prozessorkarte des System 1 in ein 19-Zoll-Eurocard-Gehäuse. Ein typisches System 2 wurde mit einem Tastatur-Controller samt externer Tastatur, einer Textanzeige und einem auf Kassette gespeicherten Betriebssystem mit integriertem Basic-Interpreter ausgeliefert. Das System 3 fügte zusätzlich eine Unterstützung für Diskettenlaufwerke hinzu, während das System 4 ein größeres Gehäuse mit einem zweiten Laufwerk besaß. Für das System 5 wurde der 6500-Zweitschip durch eine neuere, auf 2 MHz getaktete Version ersetzt. Der Akorn-Atom bei Science of Cambridge begann im Mai 1979 die Entwicklung des Sinclair ZX-80. Das war vermutlich der Anlass für Curry, das ebenfalls auf den Verbrauchermarkt zielende Atom-Projekt zu initiieren. Curry und Nicktoop entwickelten die Maschine in Currys Haus in den osthenglischen Fans. Zu dieser Zeit wurde die Marke Akorn amtlich eingetragen und Curry zu einem Vollzeitangestellten. Die Absicht in den Verbrauchermarkt einzudringen ist hauptsächlich Curry zuzuschreiben. Die anderen Fraktionen innerhalb Akorn inklusive der Ingenieure waren froh, sich aus diesem Markt heraushalten zu können. Sie betrachteten die Fertigung eines Heimcomputers als unseriös, um die Kosten möglichst niedrig und damit die Angriffsfläche des Atom für dessen Kritiker möglichst klein zu halten. Bad Curry den Industriedesigner Allen Boothroyd um den Entwurf eines Gehäuses, welches gleichzeitig als externe Tastatur für die Mikrocomputer dienen konnte. Die Komponenten eines System 3 wurden innerhalb dieser Tastatur platziert, was ein für die preiswerten Heimcomputer der frühen 1980er Jahre typisches System ergab. Der Atom erwies sich als vergleichsweise erfolgreiches Projekt. Um die Softwareentwicklung zu stützen, installierte CPU auf dem Market Hill ein proprietäres Local Area Network und integrierte Unterstützung für dieses Iconet in den Atom. Bei Markteinführung im März 1980 wurden auf einer Computermesse acht vernetzte Atoms demonstriert, die bereits mit Funktionen wie gemeinsamer Dateinutzung und vollständiger Fernsteuerung aufwarten konnten, der BBC Micro und der Elektron. Nachdem der Atom sich im Markt erfolgreich etabliert hatte, begann Akorn mit dem Entwurf eines Nachfolgers. Der Markt bot neue 16-Bit-Prozessoren, aber sollten diese auch schon genutzt werden? Nach langer Diskussion schlug Hauser einen Kompromiss vor. Eine Weiterverwendung des 6502 mit deutlich verbesserten Erweiterungsmöglichkeiten. Akorn's technischer Stab, der mehrheitlich den Atom abgelehnt hatte, sah diesen Proton als Möglichkeit, es diesmal richtig zu machen. Einer der Vorschläge für die Entwicklung des Protonen war die Tube, eine proprietäre Schnittstelle, die einen zweiten Prozessor integrieren konnte. Durch diesen Kompromiss konnte eine preiswerte, für den Massenmarkt konzipierte 6502 Maschine mit komplexen und teuren Prozessoren erweitert werden. Die Tube erlaubte eine Auslagerung von Berechnungen auf den zweiten Prozessor, während der 6502 die Ein- und Ausgabe von Daten übernahm. In späteren Jahren spielte die Tube eine wichtige Rolle bei der Entwicklung von Akorns eigenem Prozessor. In den frühen 1980er Jahren ersann die Weiterbildungsabteilung der BBC ein Schuhungsprogramm für die Nutzung von Computern. Die Idee entstand größtenteils als Folge der Dokumentation der Mighty Micro. In der Christopher Events des britischen Nationalphysical Laboratory eine Revolution der Mikrocomputer vorhersagte. Die Dokumentation erwies sich als sehr einflussreich, selbst im britischen Parlament wurden die aufgeworfenen Fragen erörtert. Als Resultat interessierten sich sowohl das Department of Industry als auch die BBC Enterprises für das Programm. Letztere wollte eine Maschine zur Weiterbildung anbieten und wies BBC Engineering an, eine solche zu spezifizieren. Auf Druck des Doi einen in Großbritannien gefertigten Computer zu wählen, entschied sich die BBC letztlich für das Newbeein der Newbury Laboratories. Diese Wahl demonstriert den auf die eigentlich unabhängige BBC ausgeübten Druck. Newbury gehörte zum Besitz des National Enterprise Board, einem eng mit dem Doi kooperierenden staatlichen Amt. Ironischerweise stammte das Newbeein ursprünglich von Sinclair Radionics, wo genau diese Entscheidung Sinclairs gegen Science of Cambridge's MK14 zum Abschied Currys geführt hatte, was wiederum das NEB veranlasste, das Projekt zu Newbury zu verlagern. Von 1980 bis 1982 begann das britische Department of Education and Science das Microelectronics Education Programme, welches in Konzepte und Lehrmaterialien zu Mikroprozessoren einführen sollte. Von 1982 bis 1986 stiftete das der lokalen Bildungsbehörden Drittmittel, sodass diese ihre Schulen mit Mikrocomputern ausstatten konnten. Dabei erwies sich der BBC-Mikro als einer der populärsten Computer. Parallel dazu förderte das des Lehrerer Ausbildung und Entwicklung weiterer Computermaterialien wie Software und Projekte zur angewandten EDV. Obwohl Newbury das Newbrein kontinuierlich weiterentwickelte, war bald absehbar, dass dieses weder für die Schulungsprogramme noch für die Ausschreibung der BBC hinreichend schnell verfügbar sein würde. Die für Herbst 1981 angesetzten BBC-Programme wurden auf das Frühjahr 1982 verschoben. Curry und Sinclair erfuhren von den Plänen des BBC und reichten eigene Vorschläge ein. Nach einer Demonstration des Proton, die während einer Besichtigung Akkorns vor Vertretern der BBC stattfand, wurde nun Akkorn der Vertrag zugesprochen, die Anfang 1982 mit der Produktion des Proton als BBC-Mikro begannen. Im April 1984 wurde Akkorn dafür der Award for Technology der britischen Königin verliehen. Diese Auszeichnung galt besonders dem fortschrittlichen Design des BBC-Mikro und RT-Akkorn für die Entwicklung eines Mikrocomputers mit vielen innovativen Eigenschaften. Im April 1982 führte Sinclair den ZX-Spektrum ein. Curry er sahen als Gegenstück dazu den Elektron, welcher in vielerlei Hinsicht ein reduzierter BBC-Mikro war und unter 200 Pfund kostete. Der Elektron nutzte für einen Großteil seiner Funktionalität ein von Akkorn entworfenes Uncommitted Logic Array. Durch Probleme bei der Herstellung des Uella entstand jedoch ein Versorgungshengpass, so dass der Elektron, obwohl im August 1983 eingeführt, zum Weihnachtsgeschäft 1983 nicht in ausreichender Stückzahl vorhanden war. Akkorn entschloss sich dieses Problem für das Geschäftsjahr 1984 zu lösen und verhandelte seine Produktionsverträge neu aus. Die Akkorn Computer Group AG Durch die spektakulären Verkäufe des BBC-Mikro erhöhten sich Akkorns Gewinne von erzielten 3.000 im Jahr 1979 auf 8,6 Millionen Pfund Stirling im Juli 1983. Im September 1983 wurden die CPU-Anteile liquidiert und Akkorn als Akkorn Computer Group AG auf dem Londoner Unlisted Securities Market eingetragen. Akkorn Computers Ltd war nun die Abteilung für Mikrocomputer. Bei einem minimalen Angebotspreis von 120 Pens entstand die AG mit einer Börsenbewertung von etwa 135 Millionen Pfund Stirling. Die CPU-Gründer Hauser und Curry wurden durch ihre Anteile auf Papier zu Millionären. Hausers 53,25 Millionen Anteile bedeuteten 64 Millionen Pfund, während Curry mit 43 Millionen Anteilen noch immer 51 Millionen Pfund besaß. Neue RISC-Architektur Bereits seit dem Atom wurde bei Akkorn eine Abkehr vom 6502 überdacht. Ein bedeutendes Beispiel für diese Überlegungen stellt der 16-Bit Akkorn Communicator dar, welcher den 65.816 des Unternehmens Western Design Center nutzte. Neben dem Apple IIGS war das eine der wenigen kommerziellen Applikationen auf Basis des WD 65.816. Am 12. August 1981 wurde der IBM PC eingeführt, der zwar in einer Ausführung ähnlich dem BBC Micro auch auf den Markt der Computer-Enthusiasten zielte, dessen eigentlicher Kernbereich jedoch der geschäftliche Bereich war. Der Nachfolger des PC, der XT folgte im Frühjahr 1983. Der Erfolg dieser Maschinen und der Vielzahl Z80-basierter CPM-Computer im geschäftlichen Bereich demonstrierte, dass hier ein lohnender Markt bestand. Die in diesem Bereich eher untergeordnete Bedeutung des Preises und die damit hohen Gewinnmargen stellte für Hersteller einen zusätzlichen Anreiz dar, sodass Akkorn die Entwicklung eines bürotauglichen Computers beschloss. Ein entsprechendes Programm wurde ins Leben gerufen und nutzte die Hauptplatine des BBC Micro, die Tube und Zweitprozessoren, mit denen CPM, MS-DOS und Unix-basierte Workstations geschaffen werden sollten. Für den Entwurf dieses Akkorn Business Computer mussten die Tube-Protokolle für verschiedene Prozessoren implementiert werden, damit diese von der BBC Micro-Plattform genutzt werden konnten. Dabei stellte Akkorn im Laufe des Jahres 1983 fest, dass der Markt keinen geeigneten Nachfolger des 6502 bot. So konnten beispielsweise bei Motorolas 68.000 viele Instruktionen nicht unterbrochen werden. Was zu oft sehr langen Latenzen bei der Reaktion auf Interrupts führte, damit war der 68.000 für das Tube-Protokoll ungeeignet. Die Entwicklung des auf dem 32.016 von National Semiconductor basierenden ABC-Modells später als Cambridge Workstation verkauft, demonstrierten Sophie Wilson und Steve Ferber die Bedeutung der Speicherdatenübertragungsrate. Es zeigte sich, dass ein mit 8 MHz getakteter 32.016 deutlich langsamer als ein 4M HZ 6502 war. Durch den Apple-Laser war den Akkorn-Entwicklern jedoch klar, dass sie eine grafische Benutzeroberfläche würden schaffen müssen. Was sich mit einem 6502 äußerst schwierig gestaltete, Akkorn brauchte eine neue Architektur. Alle von Akkorn getesteten Prozessoren ließen zu wünschen übrig, sodass eine Eigenentwicklung nötig wurde. Akkorns Ingenieure stießen auf Veröffentlichungen des Berkeley RISC-Projektes, die ihnen eines zeigten. Wenn eine Gruppe Studenten einen leistungsfähigen 32-Bit-Prozessor schaffen konnten, sollte auch Akkorn das gelingen. Ein Besuch des Western Design Center in Phoenix überzeugte Ferber und Wilson, dass sie weder umfangreiche Ressourcen noch modernste Forschungs- und Entwicklungsanlagen dazu benötigten. Sophie Wilson entwickelte zunächst den Befehlssatz des neuen Prozessors, indem sie eine Emulation des Prozessors in BBC Basic schrieb, die auf einem BBC Micro mit zweitem 6502 lief. Das überzeugte die Akkorn-Entwickler, dass sie sich auf dem richtigen Weg befanden, auch wenn sie zusätzliche Ressourcen benötigen würden. Wilson erhielt schließlich von Hauser die Erlaubnis für die Herstellung eines Prototyps. Das Akkorn RISC-Machine-Projekt begann offiziell im Oktober 1983. VLSI Technology, das bereits zu Forums und Spezialchips für Akkorn produziert hatte, wurde als Partner für die Fertigung der Prozessoren ausersehen. VLSI produzierte den ersten AMD am 26. April 1985. Dieser ARM1 wurde zunächst als Zweitprozessor im BBC Micro genutzt. Mit dem Prozessor ließen sich die Simulationsarbeiten für den Entwurf von Sekundärchips fortführen. Zudem beschleunigte er die CAD-Software, mit der am Entwurf des ARM2 gearbeitet wurde. Wilson schrieb in der Folgezeit einen Interpreter für BBC Basic in ARM-Symbler-Sprache. Die bei Design des Befehlssatzes gewonnenen Kenntnisse erlaubten es, den Code ungewöhnlich kompakt zu schreiben. Was das ARM-BBC Basic zu einem guten Test für jeden Armee-Emulator machte. Die das ARM-Projekt umgebende Geheimhaltung war so groß, dass Uli Fetty bei Verhandlungen um eine Teilhaberschaft 1985 erst nach deren Abschluss davon erfuhr. 1992 wurde Akkorn erneut mit dem Award for Technology der Königin ausgezeichnet, diesmal für den ARM. Finanzielle Sorgen Akkorns Wendepunkt war 1984, das Unternehmen ging gerade zu dem Zeitpunkt an die Börse, als der Spielkonsolenmarkt zusammenbrach. In diesem Jahr wurde Atari verkauft und Akkorn löste das Problem der fehlenden Produktionskapazitäten, das es von Anfang an verfolgt hatte. Die bei Marteinführung des Elektron fehlenden Ullasch hatten dazu geführt, dass im Weihnachtsgeschäft 1983 nur 30.000 der dank einer erfolgreichen Werbekampagne 300.000 vorliegenden Anfragen erfüllt werden konnten. Der scheinbare Bedarf an Elektrons erwies sich indes als illusorisch. Viele Eltern kauften ihren Kindern den Commodore C64 oder ZX Spektrum, statt auf den Elektron zu warten. Als der Zulieferer Ferranti das Produktionsproblem gelöst hatte und 1984 die vereinbarten Mengen an Ullasch lieferte, war der Bedarf soweit eingebrochen, dass Akkorn den Elektron nun im großen Stückzahlen lagern musste. Der Vertrag erlaubte jedoch keine schnelle Nachverhandlung der Kapazitäten, sodass Akkorn gegen Ende des Jahres 1984 über 250.000 unverkaufte Elektrons verfügte. Zudem hatte Akkorn einen Großteil seiner liquiden Gelder in die Entwicklung neuer Produkte investiert. Den BBC Master, das ARM-Projekt und die sich letztendlich als Flop herausstellende ABC. Weitere Kosten entstanden durch eine geplante Expansion in die USA, welche die staatliche Anerkennung des BBC Micro erforderte. Dafür mussten sämtliche Erweiterungen des Micro auf Emissionen getestet und deren Abstrahlung reduziert werden, ein langer und zudem teurer Prozess. Der Akkorn etwa 20 Millionen US-Dollar kostete, kaum einer der NTSC-modifizierten BBC Micros wurde verkauft. Immerhin tauchten sie jedoch im 1984er-Film Supergirl The Movie in einer Schule auf. Im Besitz von Uli Fetty. Die schwierige finanzielle Situation wurde im Februar 1985 an den Vorstand herangetragen, nachdem ein Kreditgeber Akkorns eine Liquidation gefordert hatte. Nach kurzen Verhandlungen unterzeichneten Curry und Hauser am 20. Februar eine Vereinbarung mit Uli Fetty, nach der das italienische Unternehmen für 12 Millionen Pfund Störling einen Anteil von 49,3% an Akkorn erhielt. Das Geld wurde vor allem für die Tilgung der 11 Millionen Pfund Verluste des vorangegangenen Halbjahres genutzt. Akkorns Börsenbewertung fiel 165 Millionen unter den Höchstwert von 190 Millionen Pfund. Im September 1985 übernahm Uli Fetty Akkorn schließlich mit einer Beteiligung von 79%. Der BBC Master Der BBC Master wurde im Februar 1986 mit großem Erfolg auf den Markt gebracht. Bis 1989 wurden etwa 200.000 Systeme zu einem Preis von jeweils 499 Pfund verkauft, wobei die Käufer überwiegend Schulen und Universitäten waren. Akkorn brachte eine Reihe verbesserter Versionen heraus. Beispielsweise den Master 512 mit 512 KB Hauptspeicher und einem internen 80186 Prozessor für MS-DOS-Kompatibilität oder den Master Turbo, der einen 65C02 als Zweitprozessor nutzte. Der erste kommerzielle Einsatz der ARM-Architektur war innerhalb des ARM-Development-Systems. Ein per Tube eingebundener Zweitprozessor für den BBC Master mit dem Programme für das neue System geschrieben werden konnten. Das System kostete etwa 4000 Pfund und enthielt neben dem ARM-Prozessor auch drei Sekundärchips, 4 MB Hauptspeicher und Entwicklungswerkzeuge für eine verbesserte Version des BBC Basic. Ein zweites ARM-basiertes Produkt war der Akkorn Archimedes, ein Mitte 1987 erschienener Desktop-Computer. Der Archimedes erfreute sich in Großbritannien, Irland und Australasien großer Beliebtheit und war deutlich fortschrittlicher als die meisten Konkurrenzangebote dieser Zeit. Zu Akkorns Unglück bewegte sich der Markt jedoch in Richtung des IBM PC. Dennoch setzte Akkorn die Produktion verbesserter Modelle fort, darunter auch der Laptop H4 und führte 1994 den RIS-C PC ein. Dessen Spitzenmodell einen 200 MHz-Plus-Strongarm-Prozessor bot. Diese Computer wurden überwiegend im Bildungsbereich an Spezialisten und Enthusiasten verkauft. ARM Limited Akkorns Partner VLSI hatte den Auftrag, neue Anwendungsgebiete für den ARM-Prozessor und seine Sekundärchips zu finden. Hausers Unternehmen ActiveBook entwickelte ein kleines, tragbares Gerät. Für das ARM-Prozessore-Entwickler eine statische Version des Prozessors entwarfen, den ARM 2 Atosimen. Apple entwickelte indes eine vollkommen neue Plattform, den PDR-Newton. Der für dieses Gerät notwendige Prozessor musste verschiedene Anforderungen an Stromverbrauch, Kosten und Leistung erfüllen und zudem völlig statisch operieren, sodass der Takt zu jeder Zeit ausgesetzt werden konnte. Von allen Bewerbern kam nur die Akkorn RIS-C Machine den Anforderungen nahe, wies jedoch selbst noch Mängel auf. So bot der ARM beispielsweise keine integrierte Speicherverwaltung, deren Funktion stattdessen vom MIMC-Sekundärchip übernommen wurde. Akkorn verfügte auch nicht über die nötigen Ressourcen, eine integrierte Verwaltung für den ARM zu entwickeln. Apple und Akkorn entschieden sich, für die Weiterentwicklung in Gestalt eines eigenen Unternehmens zu kooperieren. Der Großteil der Forschungs- und Entwicklungsabteilung der ARM CPU bildete die Basis der ARM Limited, die im November 1990 gegründet wurde. Die Akkorn Group und Apple Computer besaßen jeweils Anteile von 43% mit VLSI als Investor und ersten Lizenznehmer. Set-Top-Boxen Im Jahr 1994 wurde die Akkorn Online Media gegründet, um einen prognostizierten Boom von Video-On-Dement auszunutzen. Dabei handelte es sich um eine Form des interaktiven Fernsehens, bei dem Benutzer via Netzwerk Videoinhalte auswählen und ansehen konnten. Im September 1994 starteten Akkorn Online Media, Anglia Television, Cambridge Cable und Advanced Telecommunication Modules Ltd. einen Feldversuch für VOD-Dienste in Cambridge. Dafür schuf ATML ein großflächiges ATM-Netz, das die TV-Unternehmen mit den Abonnenten verband und Dienste wie Teleshopping, Fortbildungen, Software-Downloads und das World Wide Web bot. Das Netzwerk wurde mit einer Kombination aus Coexil- und Glasfaserkabeln realisiert, die zur Segmentierung des Netzes notwendigen Switches wurden. In Schaltschränken des bestehenden Cambridge-Cable-Netzes eingesetzt. Das Uli Fetty Research Laboratory entwickelte die verwendete Technologie. Ein Videoserver des britischen Mainframe-Herstellers International Computers Limited stellte die Dienste bereit. Die ATM-Switches stammten von ATML, ein weiteres von Hauser & Hopper gegründetes Unternehmen. Der Versuch begann mit einer Datenübertragungsrate von 2 Megabits pro Sekunde, was schrittweise auf 5 Megabits pro Sekunde angehoben wurde. Abonnenten verwendeten die Akkorn Online Media Set-Top-Box. Der Versuch bestand während der ersten halben Jahres aus 10 VOD-Terminals, was in der zweiten Stufe auf 100 Wohnungen, 8 Schulen und 150 weitere Terminals in Testlabors ausgedehnt wurde. Weitere Organisationen beteiligten sich nach und nach darunter die NatWest Bank, die BBC, die Post Office Limited, Tesco und die örtlichen Bildungsbehörden. BBC Education untersuchte Radio-on-Demand-Programme in Grundschulen und schuf einen neuen Bildungsdienst Education Online, der beispielsweise Ausbildungssoftware und Sendungen der Open University bot. Der NAAH-Hauptschule wurde ein preiswerter Videoserver zur Verfügung gestellt, sodass diese während des Versuchs als Provider fungieren konnte. Die Anglia Polytechnic University erfüllte später eine ähnliche Rolle. Entgegen den Prognosen fand ein VOD-Boom jedoch nicht statt. Netzwerkkomputer Im Oktober 1995 strahlte die BBC2 während der Sendung The Money-Programme ein Interview des Oracle Corporation-Gründers Larry Ellison aus, der eine wachsende Bedeutung von Netzwerkrechnern prognostizierte. Dabei handelt es sich um preiswerte Datenstationen, die nicht über eine Festplatte verfügen, sondern ihre Software zu großen Teilen von einem Server laden. Malcolm Byrd, der Geschäftsführer der Acorn Online Media, erkannte, dass Ellison's NC im Wesentlichen eine Acorn-Set-Top-Box war. Nach einigen Gesprächen zwischen Oracle und Oli Fetty sowie Hauser und Acorn wurde Byrd mit der neuesten Box nach San Francisco abgestellt. Zwar hatte Oracle bereits ernsthaft mit Herstellern wie SUN und Apple um die Realisierung des NC verhandelt. Gerüchte innerhalb der Industrie besagten gar, dass Oracle selbst am Referenzentwurf arbeitete. Nach Byrds Besuch bei Oracle und einer folgenden Besichtigung Acorns durch Ellison wurde dennoch die Übereinkunft getroffen. Acorn die Definition des NC-Referenzentwurfs zu überlassen, Ellison erwartete, den NC im Februar 1996 ankündigen zu können. Sophie Wilson leitete das NC-Projekt und stellte bis Mitte November einen Entwurf der NC-Spezifikation fertig. Bis Januar 1996 waren die formalen Details des Vertrags zwischen Acorn und Oracle ausgearbeitet, der PCB entworfen und zur Produktion freigegeben. Im Februar 1996 wurde dafür Acorn Network Computing gegründet, welches ab August 1996 den Acorn Network Computer vertrieb. Der NC sollte ein neues Marktsegment schaffen, in dem Acorn Network Computing eine zentrale Rolle als Direktverkäufer oder Lizenzinhaber zugedacht war. Dafür wurden das neue Endnutzer-Betriebssystem Galileo und zusammen mit Digital Semiconductor und Arm der neue Strongarm Cheapsatz SA1500-SA1501 geschaffen. Galileo garantierte Prozessen Quality of Service. Die einzelnen Komponenten wie Prozessor oder Speicher funktionierten also vom Verhalten anderer Prozesse unabhängig und verlässlich. Der SA1500 bot höhere Taktraten als andere existierende Strongarm-Prozessoren und zudem einen für Medienwiedergabe optimierten Co-Prozessor. Den Attached Media Prozessor oder Amp der SA1500 diente als primäre Plattform für Galileo. Nach Auslagerung der Geschäftsbereiche für Set-Top-Box und Netzwerk-Computer als separate Unternehmen verlagerte Acorn seine PC-Herstellung in eine eigenständige Tochtergesellschaft, die Acorn RISC Technologies.